Ich gehe morgens gerne zur Arbeit, weil ich etwas bewirken kann, weil ich mit anderen zusammen Dinge positiv verändern kann, weil ich die Möglichkeit habe, für Patientinnen und Patienten die äußeren Bedingungen zu verbessern. Mich freut auch, wenn wir organisatorisch und finanziell neue Entwicklungen begleiten können, die am Ende zum Wohle der Patientinnen und Patienten sind. Die Weiterentwicklung der Klinik wird manchmal dann nicht so ganz einfach, wenn man Kolleginnen und Kollegen nicht mitnehmen kann. Daran zu arbeiten ist mir Verpflichtung. Es geht um die Verbesserung der Bedingungen für Patientinnen und Patienten. Auf der anderen Seite werden wir mit einem Bürokratiemonster überzogen, gerade in der Psychiatrie, das kaum noch zu bewältigen ist und dessen Sinn sich mir auch heute noch nicht erschließt. Mein Name ist Holger Höhmann. Ich bin der kaufmännische Direktor und Vorstandsvorsitzende der LVR-Klinik Bettburg-Hau. Wir sind eine öffentlich-rechtlich geführte Klinik für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie. Der Träger der Klinik ist der Landschaftsverband Rheinland, ein höherer Kommunalverband im Nordrhein-Westfalen. Davon gibt es zwei, eine in Rheinland, ein in Westfalen. Da wir in dieser Klinik nahezu 2000 Menschen beschäftigen und da wir sehr viele Patientinnen und Patienten versorgen, bedarf es einer guten Organisation, einer guten Wirtschaftsführung, stringent geführter Finanzen und das sind so meine wesentlichen Aufgaben. Ich führe die Geschäfte des Klinikvorstandes und bin der erste Ansprechpartner des Krankenhausträgers für alle Fragen, die in Bettburg-Hau eine Rolle spielen. Um eine solche Position beim Landschaftsverband Rheinland zu bekleiden, sollte man ein Studium absolviert haben, festgelegt auf eine bestimmte Richtung ist es nicht. Außerdem gehört dazu, dass man sich permanent weiterbildet. Bei mir war es so, dass ich nach dem Erststudium eine andere Ausbildung noch angeschlossen habe und eigentlich immer in Krankenhäusern gearbeitet habe und inzwischen schon sehr lange beim Landschaftsverband Rheinland bin. Also solche Positionen kann man erfolgreich dann wahrnehmen, wenn man Menschen mag, wenn man in der Lage ist, anderen Menschen zu vermitteln, wie es hingeht, wenn man sie mitnehmen kann und wenn man sich gut benehmen kann und die Organisation gut überblickt.